Willkommen bei El Gusto Español. Seit 1997 betreibt der Quereinsteiger Wolfgang Schöbel den Familienbetrieb El Gusto Español. Der Großhändler für spanische Delikatessen und Getränke El Gusto Español betreut österreichweit über 100 Gastronomen und Delikatesseinzelhändler. Dazu zählen auch namhafte Kunden wie C&C Pfeiffer, Do & Co., Wein & Co. und Julius Meinl. Ebenso verfügt El Gusto Español über das größte Angebot spanischer Produkte in Österreich mit einer unglaublichen Artikelvielfalt, sowohl in der Breite wie auch in der Tiefe. Eingekauft wird dabei ausschließlich bei über 40 spanischen Produzenten der Spitzenklasse wie Conservas Ortiz, Gutara, Garigos und Ugarte. Mit einem großen Lager im Wert von rund 150.000 Euro ist El Gusto Español immer lieferfähig. Neben dem Import betreibt El Gusto Español auch eine Tapasbar mit Gastgarten- und Gassenverkauf im Perchtollsdorf und bietet seinen Kunden ein Catering-Service, bei dem auf Wunsch auch original spanische Livemusik organisiert wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.